Herzlich Willkommen zurück zum Mario Kart Arcade GP1. Diesmal geht es weiter mit dem Bowser Cup und man kann den Tag Plus gewinnen. So, mal schauen, wie es dieses Mal laufen wird. Vielleicht schaffe ich es diesmal sogar erst beim ersten Versuch. Weil ich ehrlich gesagt nicht dran glaube. Aber es wäre schon cool, es wäre cool. Alles klar. Oh, hier kann man durstsichtig werden. Bin ich durstsichtig? Keine Ahnung. So hatte ich die Strecke gar nicht in Erinnerung wahrscheinlich. Kommt mir das so anders vor, weil es in die andere Richtung geht. Diesmal habe ich die Kurve gut bekommen. Ah, die tote Dame am Anfang, die mir Mario glaube ich ins Gesicht geworfen hat. Ich verstehe die Hand nicht ganz. Achso. Funktioniert anscheinend so wie die Blume in Mario Kart 8. Ich habe mich gerade... Ich dachte gerade, er zaubert was direkt vor mich. Aber anscheinend ja doch nicht. Oh. Zack. Komm, mach jetzt doch mal den ersten. Oh ja. Ich habe den erst. Zack. Warum habe ich die jetzt eingesetzt? Ja, bitte nicht. Bitte nicht. Nein. Bitte, 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 bitte. Bitte lass mich vorbei. Ja. Nein. Ach, noch eine Runde. Gut, gut. Ich hatte drei Runden im Kopf. Zum Glück. Okay, das wäre jetzt auch echt unfair gewesen. Das wäre echt unfair gewesen. Ich wollte gerne ein paar Münzen mitnehmen, hat aber nicht geklappt. Zack. Ja, danke. Danke, danke, danke. Mir ist zu spät. Mir ist dann noch eingefallen, als ich so gesprungen bin. Dass du sie abbremst. Aus dem Player oder vielen Dank, vielen Dank. So, dann geht es jetzt als nächstes zu der nächsten Strecke. Wieder reverse, also rückwärts. Und hoffentlich wird es auch was beim ersten Versuch. Wäre natürlich ganz gut. Ich habe diesmal noch ein Stück eher gedrückt. Ich habe diesmal noch ein Stück eher gedrückt. Und... Ich hatte einen besseren Start, glaube ich. So kurz die... Also das ist irgendwie eine Einmalpflanze. Wie die Pflanze Maricord 8 plus, dass die nur einmal funktioniert. Und nicht, dass da... So ein... Balken, oder was auch immer man das nennen soll. Zack. Kurzes Standbild. Ich würde sagen, ich bin ganz gut mit dabei. Für die erste Runde, da bin ich ja meistens eher hinten. Äh, ja. Dafür halt in der zweiten Runde. Ey, warum springt der Typ nicht? Anscheinend kann der auf der Treppe nicht springen. Zack. Okay, hier ist keine Abkürzung. Dafür ist hier wieder eine. Ah, Hilfe. Äh, wo geht's lang? Oh. Verwirrt. Ich würde es gerade ernsthaft nicht lang gehen. Ich bin einfach abgewogen. Was ist das eigentlich für ein Item? Ich... Ich stehe den Sinn daran. Also ich erkenne den Sinn nicht. Ja, toll. Jetzt habe ich die auch kurz wieder verpasst. Dafür nehme ich die nächste. Nicht. Ah, vielen Dank. Äh... Ähm... Oh, diesmal muss ich nach rechts. Und... Wieder beim ersten Versuch. Nice. Oh, da ist tot. Direkt hinter mir. Glück gehabt. Gut. Wip. Hm... Genau. Runde 3. Runde 3, Versuch 1. Ach, zu früh gedrückt. Aber ich habe ganz kurz losgelassen und wieder reingedrückt. Die Einmalpflanze natürlich. Ah, man klaut sogar das Item. Man klaut das Item und... Macht den Atron sozusagen langsamer. Dann ist es nicht wirklich so ähnlich wie die Pflanze. Es ist so ähnlich schon, aber eigentlich... Es ist was Verschiedenes. Kriege ich nur dieses Teil, oder wie? Ah, Mist. Und da habe ich diesen Pac-Man-Typen gegeben. Mal sehen, was bei dem passiert. Gar nichts. Hä? Zack. Ich glaube, ich hatte zwar Donkey Kong anvisiert, aber... Wo ist denn der erste Platz? Sehe ich jetzt erst. Es wird nichts. Ja, toll. Ganz verkehrt. Hier. Kannst du behalten. Hä? Warum sind denn auf einmal alle durchsichtig geworden? Wie soll man den ersten da bitte bekommen? Oh, Mann. Hier gibt es halt wirklich keinen blauen Panzer. Da sieht man mal, was der auswirken kann, dieser blaue Panzer. Der Typ baut sich mega den Abstand auf. Was? Das war ja schon mal so. Irgendwo. Auf dieser Donkey Kong Strecke. Da hatte ich dann, glaube ich, auch verloren. Ich hoffe, ich denke daran, das da noch reinzuschneiden. Das war nichts. Zweiter. Na, dritter halt. Ja. Dann probier's nochmal. Ich hoffe mal, dass jetzt hier nichts Großes mehr passiert. wird. Wie zum Beispiel sowas. Na komm. Warum denn Peach? Setz dich doch ein. Oh, ja. Vergiss es, vergiss es. Bitte, 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 bitte. Yes. Nice, 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 nice. Ähm, Runde 4 muss ich jetzt machen. Zack. Diesmal beim ersten Versuch vielleicht. Da sieht man mich. Das ist ja jetzt wieder die Strecke mit den Abkürzungen. Diesmal auch in die richtige Richtung. Dadurch müsste mir das etwas einfacher fallen, die Abkürzungen zu nehmen. Ja, okay. Bitte, hör auf, Donkey Kong. Donkey Kong, bitte. Zack. Aber das finde ich auch ein bisschen schade, dass es bei Mario Kart 8 Deluxe die Feder, die hätte man ja, hätte man Abkürzungen einbauen können. Für irgendwelche Strecken, wo man die Feder nur benutzen kann. Das war ja auch im Super Mario Kart so, dass man, ich glaube manche Abkürzungen nur mit Feder nehmen konnte. Also, müsste so gewesen sein. Ich kann es jetzt nicht zu 100% sagen. Aber, vielleicht machen die es bei Mario Kart 9, dass da die Feder wieder mehr Relevanz gewinnt. Sehr cool. Bitte, hör auf. Ja, ich wollte die Münzen und bin extra etwas abgebremst. Hat mir, glaube ich, rein bis gar nichts gebracht. Das habe ich gerade mit Absicht übrigens so gesagt. Ja. 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 Ich hätte es besser gefunden, gleich auf den ersten zu kommen. Ja. 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 Das war ja letztes Mal so schon, dass ich da gesprungen bin. Weil ich einfach nicht getroffen habe. Also, ich immer getroffen wurde, obwohl ich eigentlich... Na komm, schieß doch. Ja, was denn?! Ich kann ja nichts. Hä? Wie schießt mein Items ab? Ich check das nicht. Ich kann kein Items abschießen. Hä? Was mache ich falsch? Was mache ich falsch? Hä? Sie springen dann ja viel höher. Wie habe ich das gerade gemacht? Hä? 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 Ich habe es gerade deswegen nicht geschafft, oder wie? Äh, kurz. Speichern. Ähm. Also, ich werde jetzt nochmal diese Runde 4 fahren. Wir sehen uns dann nach dem Cut wieder. Vielleicht... Oder ich hoffe mal, dass ich... Die Challenge nochmal machen kann. Also, wie gesagt, wir sehen uns dann... ...wieder oder nicht wieder. Kommt drauf an, ob ich die Challenge nochmal machen kann. Und dann bis gleich. Wehe, ich mache nicht den ersten. Das gibt's nicht. Nee. Oh. Oh, geschafft, Alter. Oh, man. Dieser letzte, der brauchte mal etwas länger. Diesmal wird's, diesmal, diesmal. Komm, diesmal. Nein! Zack. Ich lasse alle Versuche drin. Ich lasse alle Versuche drin. Äh, ja. Also dann, danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal gibt's den Rainbow Cup. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.